Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ich schätze, hier war schon wer. Warnung! Warnung! UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 Okay, so sieht's aus. Früher haben meine Jungs und ich dafür gesorgt, dass hier in der Gegend alles glattläuft. Aber die Hälfte meiner Jungs ist tot. Vic hat sich diesen Cleaners angeschlossen und alles geht den Bach runter. Sie müssen einspringen, denn im Moment kann ich nichts tun. Das sind ganz normale Leute aus der Lage. Der Rücken ist total im Eim. Hey! Hatten Sie schon mal etwas namens National Security Presidential Directive 51 gehört? Nee, habt ihr nicht? Das ist nicht gerade das, was man auf dem Tiefelplatz auf dem Post findet. Nein, die Directive 51 ist mehr als geheimer Machtübernahmeplan, um das sicherzustellen, dass die Sesselpupse von Bestandteilung. Mit mir stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Gehen Sie die Wolken zusammenzutreiben. Schlecken Sie uns in Lager. Erschießen Sie uns? Ich weiß es nicht. Und die Sache ist, niemand weiß es. Ich meine, das Kriegsreiche ist unklarisch. Aber es ist immerhin ganz bereit. Der Schlecht Annegleich hat eine Schlecht und die Schlecht. Bingo! An alle Einheiten. Die Rikers belagern ein Parkhaus auf der 24. East. Es sind Zivilisten da drin. Wir brauchen Division-Verstärkung. Ich erledige das! Ihr müsst euch drehen! Die mache ich fast! Ihr ist schwer verletzt! Das ist los, Verstand! Unter sich! Geh! Ja, leidige. BK Ladygay Warnung! Peichpräsenz entdeckt! Warnung! Ich mache es kalt! Künstler auf! 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 Künstler auf!